glück auf und willkommen zurück zu black myth wukong jetzt werde ich mir mal meine wohlverdienende rüstung herstellen und zwar die geile hier anlegen genau ist aber auch eigentlich die kombi ist auch geil aus aktuell trage ich was trage ich überhaupt nach dem helm ist ein gifthut kann ich überhaupt noch mehr von dem brüstung set herstellen weil der erste bonus der war nicht ganz 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 geil brauche ich gold faden da brauche ich den goldenen faden so jetzt nachdem das klärt ist gucke ich noch mal ganz kurz runter in die bischui höhlen einfach um da zu gucken ob da jetzt schon was kommt wenn da unten da muss noch was kommen ohne ohne grund kannst du ja nicht einfach da wo die tür war da durchlatschen und dann da waren ja da waren ja auch noch mal locker zwei arenen weißt du das will ich mir noch mal angucken jetzt war die quest zu ende gemacht diese gab weitere questes soll es eigentlich gar nicht geben theoretisch so nicht wenn nicht muss ich nur noch mal ganz kurz googeln das ist ja auch nirgendwo noch mal ein rastpunkt ist wenn ihr hier gab es ja sogar noch ein weinwurm jemand holen konnte irgendwas muss ja ja noch kommen wenn nicht wer das ein bisschen nehmen das ist ja nirgendwo noch ein schreien ist für dich ein bisschen komisch das ist aber sehr komisch oder kommt der post erst jetzt raus es tut sich gerade noch nix das heißt ich werde jetzt noch mal ganz kurz live googeln wartet mal google informationsquelle meiner wahl wukong die shui cave blablabla blablabla ja konzent ist mir scheißegal komische kugel da haben wir auch schon platt gemacht dass da flitz mehr von hässlich blablabla fast flitzige fast kind blablabla blablabla wahl blablabla 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 Flie blockade fast ab okay floor slippery but you can double jump to reach the foot of the stairs und jetzt gibt es da nichts weiter oder was offenbar scheint es hier unten nichts zu geben das war echt ein bisschen komisch da waren das ursprünglich mal alternativ geplante orte für den boss fight das kann ich mir vorstellen dass das ursprünglich mal hier unten geplant worden war oder halt da wo die große wo die große eis arena war dass man sich aber dann umentschieden hat was dann oben gemacht hat weil hier ist sogar das ist 100 prozent lohr technisch irgendwie relevant das kannst du nicht sagen gut dann machen wir jetzt mal mit mit verlaub den endboss kampf des kapitels wer mehr scheint ja nicht zu sein das habe ich nicht mehr lesen können im artikel selbst das müssen dann gut dann gehen wir mal zum herren vater stier und das müsste feuerfeld genau genau hier krater des gefallenen ofens bin ich mal gespannt ich habe mich zum bosskampf noch nicht spoilern lassen ich weiß nicht was da kommen wird das weiß ich nicht wer werde ich jetzt sehen wurde übel das ist nervig dass ich da jetzt noch nicht die noch den helm da irgendwie herstellen kann dass man quasi den ersten set bonus nutzen kann mit der ist echt ganz geil eigentlich der vierer set bonus den will ich gar nicht haben gut dann los geht's ich habe ihn hier es ist der bestehende der früge ist nicht vor du kannst ihn jetzt überhören der früge wird sicherlich auf seinen planen wenn er zurückgebracht wird und dann werden wir wieder eine familie sein du bist ein schreckiger der früge du hast deine Glück aber immer du hast also du hast du hast du hast du hast nicht der du hast es du hast du hast du hast es ich Wie kannst du das mit mir sagen? Ich bin durch Flames, um den Destined One für dich zu finden. Für dich, Vater, nicht wahr? Ich sollte meine Augen festen, um zu retten, um mich zu retten, um zu retten, um zu retten. Ssshhh. Höhöhöhöhöh. Warte nicht. Älter Warned Thorne. Ich werde dich kurz sehen. Du könntest eine gute Show haben. Aber du magst einfach das Gerät. Ich sollte einfach... KILLED euch alle! Mein Geist war perfekt. Jetzt kann ich nur ein einziges Floor sehen. Wie hast du dann herausgefunden? Oh... Unlike dir... Du... ... 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